Ich komm hier gar nicht zur Ruhe. Keine Schock. Das ist so heiß wie Frittenfeld. Das rastet aktuell. 2.500 Nachrichten. Ich guck hier, ich seh so, du hast ja gesagt, geht los. Und auf einmal guck ich und ich denk mir nur so, das scrollt die ganze Zeit. Ich denk, was ist denn jetzt los, Mann? Vielleicht sind das ja auch alles voll die gut erzogenen Leute. Keiner ruft an. Ich bin nicht mal gespannt. Eingehender Sprache, ein Ruf. Geh ruhig ran, oder? Aber, das sind jetzt alles verschiedene. Lass mal kurz mal ein bisschen laufen, oder? Wie kann man denn hier... Oha, tschüss. Oha. Sollen wir mal ran gehen? Hallo? Aufgelegt. Hallo? Hallo, mein Mann. Hier ist Julian, wie geht's dir? Warte mal kurz, ich muss eben auf laut machen. Ich hör dich so schlecht. Hier rufen so viele Menschen an. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ja, ähm... Und irgendwie, hier war die Nummer von Julian Frank, die neue Nummer. Ach du Scheiße, dann hab ich jetzt, glaub ich, ein Problem. Wie geht's? Aber egal, jetzt ist es so, wie es ist. Wie heißt denn du? Leo. Leo? Ich kenn dich, ich mag dich Ultra. Ich mag generell Dortmund auch Ultra. Geil. Wo kommst du her? Äh, aus Trier. Aus Trier? Ja, ja. Wahnsinn. Bin noch am Trainingsgelände, und dass die jetzt natürlich dann meine Nummer liegen, wusste ich jetzt nicht genau, aber die sind jetzt so rum, die lachen gerade alle. Also, kann sein, dass du irgendwann vielleicht mal deine Stimme hörst, äh, wenn, wenn die Jungs, äh, dabei sind. Aber ist ja nicht schlimm, oder? Nee, aber krass, Alter. Wie alt bist denn du? Ich? Bin zwölf. Zwölf? Spielst du auch Fußball? Ja. Geil. Letztens war ich im Sturm, also eigentlich bin ich Torwart. Ja. Und äh, dann letztens war ich im Sturm, dann hab ich ein Tor geschossen, und dann hab ich Gasser gerufen für BVB. Geil. Bist du schon immer BVB gewesen? BVB-Fan? Ja, niemals FC Bayern. Haha, du bist ein guter Typ, du bist ein guter Mann. Hör mal zu, ähm, ich löse mal eben jetzt kurz das Problem mit meiner Nummer, weil ich krieg hier grad so viele Anrufe und Nachrichten, dass das, äh, am besten wieder rausgenommen wird. Aber hat mich gefreut, dass du angerufen hast, ja? Ja, gut. Super mein Lieber, mach dir einen schönen Tag. Geil. Dankeschön, dich auch. Ciao. Ciao. Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment. Please hold the line. Hallo? Julian? Grüß ich. Hi Julian Brandt, wie geht's dir? Wie geht's dir? Gut, du bist wirklich drangegangen. Krass. Ja, ey, mein Handy explodiert grad, ich weiß gar nicht warum. In der BVB-Channel-Gruppe. Ey, krass, danke, dass du reingangst. Ich bin grad am FIFA-Spiel, dachte ich, ich hab grad einen Benachstum bekommen von Dortmund-Gruppe. Da hab ich direkt angerufen. Wahnsinn, ja. Hey, äh, du. Ich hab's mal versucht. Krass. Nur mal vorab, ich hab hier grad ein paar BVB-Jungs vom Mediateam um mich rum, die filmen mich gerade, ne? Weil das Handy explodiert grad. Ich hoffe, das ist für dich okay, dass die deine Stimme auf Kamera kurz haben. Nein, kein Problem. Auch wenn du grad FIFA spielst, konzentrier dich auf das Wichtige. Nein, nein, ich hab aufgehört. Wenn du reingehst, das ist mir eine Ehre mit dir zu sprechen. Wo kommst du her? Wie heißt'n du? Ich bin aus Neuss. Ich bin Fulkan. Fulkan, grüß dich. Freut mich auch. Neuss. Ich bin aus Neuss. Kennst du? Ja, logisch. Ja, gut. Ich schaue auch schon ein paar Mal Spiele dieses Jahr leider, also diese Saison noch gar nicht. Ich war letztens bei Bremen da. In Dortmund oder in Bremen? In Dortmund wahrscheinlich, ja? In Dortmund, wo wir 2-0 Führung waren. Ah, ja gut, das war natürlich ein Bruchspiel. Ja. Bist du schon lange BVB-Fan? Ja, schon über 10 Jahre. Wahnsinn. Also mein erster Verein ist Besiktas. Ja, das ist doch klar. Da hättest du normalerweise vor 2 Jahren nach Istanbul kommen müssen, man. Wir haben da doch gespielt. Ja, das stimmt, aber die Spiele waren ja nicht so gut gegen Besiktas. Das stimmt. Aber da haben wir gewonnen wenigstens etwas. Das stimmt. Wie oft hast du jetzt eben angerufen? 20 Mal oder was? Locker 10 Mal. Aber du bist nie reingegangen, obwohl es geklingelt hat bei WhatsApp. Das Problem ist, dass ich kriege meinen Bildschirm, ich komme gar nicht mehr in mein Menü rein. Ich habe nur, ich habe glaube ich innerhalb von 2 Minuten... Das ist nicht dein richtiges Handy bestimmt, oder? Das ist tatsächlich ein Handy, das ich momentan habe, aber es war ein bisschen bitter. Ja, du kannst die SIM-Karte, glaube ich, wegschmeißen. Ich habe 4000 Nachrichten in 2 Minuten bekommen. Ich dachte, das ist erstmal Spaß, weil ich habe geguckt bei Twitter, haben die nichts geschrieben. Ich dachte, das ist so Spaß, aber krass hast du reingangt. Ja, du... Digga, jetzt habe ich ein bisschen was zu tun. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit den Jungs von BVB-TV und von BVB allgemein reden, weil ich muss das mal kurz klären. Und wie läuft deine Fortnite-Karte? Spielt es noch? Momentan nicht mehr, ich habe die gerade... Pausier gerade, aber... FIFA, das neue EAFC... Ich habe das vorhin mal antesten können. Es ist ein geiles Spiel, macht Spaß. Du hast auch eine viel bessere Karte als letztes Jahr. Ja, aber bei der Geschwindigkeit haben die mich verarscht. Ja, stimmt. Ey, Volkan, ich kläre mal eben kurz das mit meiner Handynummer. Ich schwöre, mein Handy dreht gerade durch, ne? Hat mich gefreut, wünsche ich dir auch. Ciao, ciao, Volkan. Ja, wie ihr seht, lohnt es sich unseren Hauptkanal zu abonnieren. Und ja, wer weiß, vielleicht klicken wir ja bald schon die nächste Nummer. Ciao, ciao.